29. März 2023, dass die enorm populären Genesis der 80er und 90er Jahre nichts mehr taugen, diese Behauptung muss man nicht teilen, nur aushalten. In warum Genesis vor 40 Jahren so groß geworden sind 15. März 2023, mehrere tausend Unterzeichner, darunter einige Prominente, fordern deutschen Kommunen dazu auf, die Konzerte wo das nicht abzusagen. Inhaltlich schlägt die Petition durchaus harte Töne an. In sogar mit Nick Mason, Petition solidarisiert sich mit Roger Wouter 7. März 2023, Peter Gabriels neue Single Playing 4 Time ist die dritte I.O. Auskopplung. In neue Vollmond, neue Peter, Gabriel, Single, Playing 4 Time 3. März 2023, der britische Grafiker Aubrey Paul schuf zusammen mit seinem Kollegen Sturm Toges und moderne Ikonen im LP-Format. Ein Gespräch in Interview mit Hypnosis, Gründer Aubrey Paul, Dark Side of the Moon ist gar nicht mein Lieblingscover. Über 14. Februar 2023, das Wirtschaftsmagazin Forbes hat die bestbesalten Personen in der Unterhaltungsbranche aufgelistet. Das Ranking führen Genesis und Sting an, aber auch Taylor Swift, Bad Bunny und James Cameron sind vertreten. In Entertainer, Genesis und Sting sind die Spitzenverdiener. 2022 13. Februar 2023, Peter Gabriel geht 2023 auf Tournee und stellt sein erstes Album mit neuen Songs seit mehr als 20 Jahren vor. Wir blicken auf sein 1986er Meisterwerk so, das die Dekade maßgeblich beeinflusste. In Peter Gabriel, der mit dem Hammer tanzt 6. Februar 2023, The Chord, Dark Side Mix, ist der zweite Song aus Gabriels kommendem Album I.O. In Peter Gabriel, neue Single The Chord, Dark Side Mix. Hier hören 27. Januar 2023. Die Band hat eine Zusammenstellung verschiedener Live-Mitschnitte angekündigt. Darunter sind auch Songs, die bisher nicht veröffentlicht wurden. In Genesis, BBC Broadcasts, Box kommt im März 23. Januar 2023. Die Songs des kommenden Albums I.O. sollen in je zwei verschiedenen Versionen veröffentlicht werden. In Peter Gabriel, News zu den Songs seines I.O. Albums, mehrere Remixes pro Lit 6. Januar 2023. In diesem Jahr wird mit I.O. das erste Album mit neuen Peter, Gabriel, Songs seit ab von 2002 erscheinen. Den ersten Song gibt es am heutigen Freitag bereits bei uns zu hören. In Peter Gabriel, Penipte komm hier hören, mit jedem Vollmond ein neuer Song. Er war der Zeremonienmeister und Apologet des deutschen Schlagers. Gedanken über den Sprechvirtuosen des kleinen Samstagabendglücks. In Erinnerung an Dieter Thomas Heck, Herbergs Vater des Schlagers. 21. Dezember 2022. Wir blicken auf das Jahr 2022 zurück. Dazu gibt es die Liste der 50 besten Alben des Jahres. In unserer Titelgeschichte erzählt Bruce Springsteen zudem von seiner Liebe zum Soul. In Rolling Stone im Januar, titelte Mar, Bruce Springsteen, exklusive Vinyl, Schengel schöner als das Cover, Foto ist nur Mercy Street, die Album, Ikone der 80er als Luxus, Box. Einst trug er Masken und Kostüme, rasierte sich bizarre Frisuren, führte pompöse, unverständliche Rock, Opern auf und trennte sich von seiner Band. Dann sah er Bruce Springsteen auf der Bühne und wollte so sein wie er, doch sein erstes Solo-Album war voll schaurig, schöner, grimmig, bizarrer, britisch, märchenhafter Songs. Er entdeckte die afrikanische Rhythmik und den amerikanischen Funk, Lace. Peter Gabriel ist ein großer Sänger. Er ist ein großer Songschreiber. Er ist ein großer Arranger. David Bowie's Heroes, Listening Wind von den Talking Heads, Randy, Noomans, I think it's going to rent a day und Neil Young's Phila. Der vier sind große Songs. Weshalb funktioniert Scratch My Bug trotzdem nicht? Erstens, die Songs sind zu gut. Der Gabentisch mit Arne Willander. Ein bisschen traurig ist es schon, dass einer, der mal Red Train und Soul Reheel geschrieben hat, jetzt zwischen all diese Klassiker-mediokre Songs reinpressen muss, weil die halt neu sind. Ansonsten ist an Peter Gabriels schon wenig auszusetzen. Routiniert, fast perfekt, etwas langweilig. Plus Dokumentation, Tour, Fotos und interaktiven Quatsch. Wie schnell die Avantgarde von gestern zum putzigen Anachronismus degradiert wird, lässt sich an Gabriels Secret World, Tournee von 1992 studieren. Das Primborium wirkt heute zeitlupenhaft, schwerfällig und lächerlich symbolschwanger, und die Songs sind bekanntlich nicht wirklich Rock'n'Roll. Für Gläubige ist Gabriel natürlich ein Heiliger, und Apologeten werden einwenden, die Show sei auch damals zeitlupenhaft, schwerfällig. Willkommen zu Peterchens Mondfahrt. Auf Gabriels Website gibt es einen Vollmond Club, dem bereits 20.000 Mondsüchtige beigetreten sind. Die konnten vorab Auszügen aus Ablauschen, und zwar immer, wenn, ja genau, wenn Vollmond war. Ein Blick zum Himmel, verkündet der Initiator, und man wisse, wann der nächste Download stattfindet. Gabriel selbst hat wohl leider ziemlich aufgeblasen, die mehr von Vergangenheit und Zukunft.